Jetzt werdet ihr erleben, wie sich die vollkommene Macht der dunklen Seite auswirkt. Ich bin dein Vater. Wir haben einen neuen Feind. Die Macht wird stark in ihm. Er wird zu uns übertreten oder sterben, mein Gebieter. Ich bin dein Vater. Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Furcht ist der Pfad zur dunklen Seite.